Wäi, wunderschönen guten Tag zurück zu... Äh, Soma! Ich bin wieder Andrücker. Er durfte mal wieder, ich habe ihn herangelassen. Er habe mich mal ran... Oh, aber falsch. Okay, du musst jetzt die Treppe runter? Ja, danke. Ich habe mich aber nicht gespoilert in dem Spiel. Ich denke nur, es ist unten links. Und das hat mal andere Headset auch gezogen. Jetzt kann er auch ein Headset anders machen. Ich sehe schon, ich habe schlecht, wenn ich eine Kippe in der Hand glaube ich. Du bist nicht mehr gewohnt, wa? Ja, erst mal das. Möchte mir auch nicht angewöhnen davon ab. Möchte ich nur, wenn ich trinke. Fehler. Na, links zu rufen. Wir wollen ja nicht hoch. Oh, diese Partikel, die überall rumfliegen, ne? Schupp in mein Kopf. Schon mal, ich muss zwischendurch vorlesen, das hilft es. Wir sind ja heute auch so ein bisschen in Quatschlaune, ne? Jo. Er ist jetzt noch drei Stunden oder so? Ja, wir haben jetzt, äh, 21, 20. Ja, also immer noch zweieinhalb Stunden, dann ist es, also... Das ist Neujahr, deswegen sind wir ja auch so ein bisschen in Party. Party, Party-Laune. Ach, so scheiße. Guck mal, Catherine war hier dran. Ja. Also die sagten auch gerade, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, er hat sie gefragt, ob sie schon mal da unten war und sie sagt, ne, in ihrem jetzigen Zustand war sie noch nicht da. Also sie war schon mal unten, aber nicht sie. Sondern auch eine Kopie von ihr oder ihr echtes Ich. Ja. Da hat er gesagt, vielleicht finden wir sogar ein echtes Ich unten. Also könnte sein, dass wir sie irgendwo hier unten finden. Das kann sein. Als Mensch. Aber wahrscheinlich tot. Ja. Wir mussten uns ja extra einen Anzug suchen. Teile für den Anzug suchen, damit wir da runter können. Ich weiß nicht, ob man es nicht so gut hört, wenn du so weit weg? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich komme einfach mal wieder näher. Komm mal bei mich bei, Schätzelein. Oh ne, du schwul. Huiiii. Hey, nein, hier läuft wieder Titten. Tipper. Was? Ne? Ich hab nur Titten gehört und hab mich direkt getriggert. Gehen wir hier lang? Ja, mach mal. Ich glaub da... Oh, doch, doch. Ich glaub da rechts... Oh, deiner Ecke darf sich glaub ich wieder Sicherung stecken. Ne, das ist ein Autolog. Ein Data-Buffer. Tau? Komm in, Tau. Bitte antworte, Tau. Ist auch eine Station. Okay. Nichts. Stimmt. Let's move out. We'll try the next one. Wow, danke für die Information. Ich wüsste nicht, wer ich ohne diese Information tun würde. Ich auch nicht. Offline. Gaze online. Gehen wir zum Monitor. Vielleicht wird das kaputt. Was ist das? Boah, da ist so eine drücke in der Atmosphäre hier unten, ne? Ich muss noch nicht mehr. Was ist das? Aber liegt da. Was ist das? Trinkt nix. Mach mal Foto. Mach ich Foto durch Facebook. Wieso? 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 Ich glaub da musst du rein. Da oder da? Alter, wie groß ist denn das hier? Oh. 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 Hallo? Hi. Hallo. Ist jemand hier? Ja, ich. Hui. Hui. Überall sind hier Akkuschrauber, ne? Ist unfassbar. Das ganze Spiel besteht nur aus Akkuschraubern. Mach mal Kita ganz zur Arbeit gehört. Was ist das? Lackierpistole. Ganz wichtig. Ich glaub hier ist nix. Ne. Nächste Tür. Sieht gut aus. Ich geh mal davon aus, wenn wir noch weiter müssen. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich hab den Arm im Bild. Sind wir hier runtergekommen? Ne, oder? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also hier ist Pi, Pi und Tau. Und da ist Omnicron. Ich glaub von da sind wir, oder? Da sind wir, oder? Müssen wir den ganzen scheiß Weg laufen? Ist das dein Ernst? Was ist das für ein Geräusch? Wir sind da unter Wasser. Ich würd sagen, das klingt fast... Was denn? Da schwimmt irgendwas. Das klingt fast wie ein Gewitter, aber... Das kann ja nicht. Da waren wir? Boah ich schwör der Typ kommt gleich. Welcher? Der hier? Der im Aufzug, der hat ja auch gesagt, er bereitet... Er bereitet schonmal alles vor. Oh. Ja. Das Kopf. Ich glaub, das war mal jemand. Jesus, did you see that? Stick to the lamp lights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Ross, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path. We need to go back. I know where to go. Come on. It's over there. The light is over there. Final push, Ross. Almost there, we just... Oh! Nooo! I can't! I can't! I can't! We need to go back! We need to go back to England! We need to go back to England. Go, go! We need to go to the London Bridge! Bitch! Bitch! Sorry, Jungs! und mädels oder ist ein halter danger take close stay close to the lights blue leads to tower red leads to cloud wo wollen wir denn hin wollen wir nach tau oder nach klimber weiß ich nicht was er für den schalter die laufen auf dem richtigen or kann noch nicht gut sein das kann einfach nicht gut sein tue leid für die ganzen fotos aber ich brauche tumpen als alter gleich passiert irgendwas ich erschrecke mich dann immer die erste leise machen was war das wo es weiter zu tun gewinnst weil er tut so nichts oder ich würde ihn ja noch mal sehen vielleicht taucht er ja noch mal auf aber ich will ihn vielleicht doch nicht sehen nein nein schon okay oh Gott ist das leiser geworden oder war ich denn noch du hast dann hätte da von der Runde gehen ja aber ist dann auch insgesamt nein ok alles gleich bestehen du musst dir mal vorstellen du bist der letzte beschissene überlebende 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 ich will einfach durchraschen jetzt ich wollte gerade was erzählen du bist der letzte überlebende du bist der letzte überlebende Ich hab ja so schön Ob nicht der erste Gehen wir links Wir gehen jetzt da rein Oh Gott, Alter Blue leads to Tau, Red leads to Dinges Wir gehen da rein Da ist ein Hebel Was? An der Tür, an der Tür Da rechts Da passiert nämlich nichts Inventar Ja Aquarium für Lebendköder Köder, getrockneter Tintenfisch Hey Ist das der Ding, was wir gerade gesehen haben? Haben die ja versucht anzulocken oder was? Ich glaub wohl Kragenhai 1,50 Meter groß Aber das Ding gerade war größer Ich glaube auch Er ist ja ein paar Jahre zurück, ne? Ja, stimmt Blauer Marlin Oh Gott, hier gibt es auch noch ein Oktopus Riesentintenfisch Zwölf Meter 40 Zentimeter 15 Stück LKK Ladung ist Kühler LKK Ladung ist Kühler LKK Ladung ist Kühler Error Error Ja, vielen Dank für die Info 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 Ich hab' das Ja, vielen Dank für die Info Und was ist da lang? Das ist aber der gleiche Weg Müssen wir denn da lang? Ja, komm mal mit Alter, soll ich jetzt ernsthaft da raus gehen? Ja, musst du, dann ist der gleiche Weg Und jetzt? Dem Kabel folgen oder was? Mach mal Da sind wieder Lampen Was? Da sind wieder Lampen Geradeaus vor dir Oh, das kann doch nicht gut enden, ey Lauf Kein Wunder hat uns zu spielen Nie was geschafft, Chris Oh mein Gott Das endet gut, glaub mir Das endet gut Ich bin Pole, glaub mir Wie soll das denn gut enden? Jetzt kommt gleich dieser beschissene Riesen-Tittenfisch Tittenfisch Tittenfisch Stay close to the lights Stand da nicht irgendwas von wegen Stay close to the lights? Ich hab' keine Ahnung Ich meine, da sieht ja schon krass aus, ne? Alter! Was passiert wenn man stehen? Äh Äh Was? Lasst mich doch bitte in Ruhe Aua! Muss ich hier lang? Muss ich da hin? Was sind das? Was soll das? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Und dann waren die kleinen Junge Oh mein Gott! Ich renne einfach weiter! Was soll denn? Ey, komm! Yolo! Yolo Capolo! Oder was? Oh Gott! Da sind die Kleidinger gewesen! Da wird jetzt ja noch schlimmer! Da stand doch Zeck! Soll ich nicht bei Licht bleiben? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh scheiße ey! Oh scheiße ey! Warum mach ich das? Ich hätte auch Minecraft spielen können! Was ist das denn da? Nicht hingucken! Einmal weiterlaufen! Geh weg! Oh! 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 Eine solange Linge liegt! Oh, ist das denn? Der gucke! Tau! Können Sie das? damages jemanden? Das ist Tau. Wer ist das? Das ist Ian Peterson von THETA. Ich habe eine Team mit mir und wir sind ungefähr eine halve Kilometer von Tau. Was? Wie? Du kam in den Climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Alright, you heard the man. We're moving out, people. Tal, keep the doors unlocked. We're coming in. Stay to the lights. Stick to the lights. Yeah, yeah, yeah. You have to turn, baby. muss ich wieder raus oder was jetzt weiter scheiße durch rennen noch nicht hallo hier du hast die jetzt gerade aktiviert hallo das sind Robis, die können nicht reden ja, aber ich kann ja auch kannst du da an dem UFO-Monitor warten da draußen? das kann ich an dem Monitor ah, Observatorium okay okay ich folge dem jetzt, oder? ja, mach mal mehr als Stern von der Hände gute Einstellung ja, toll verlass mich nicht die Ströme da unten sind aber ganz schön groß was zu jetzt kannst du auf die Frise kriegen oh was 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 passiert hier Du musst auf jeden Fall zu der Lampe. Alter, da kommt einfach so ein beschissener Leviathan ey. Irgendjemand ist doch hier einmal lang gelaufen, sonst wären doch hier keine Knittlichter. Alter. Oh mein Gott. Wir machen jetzt den Cut. Wir machen jetzt den Cut Leute und gleich gehts weiter. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.